Du hast die Ehre der letzten Kugel. Bitteschön. Was sagen die Mädels? Au, schon passiert. Sehr gut. Das ist eine gute Strategie, sich das alles vorher zu überlegen. Zehn Punkte, immerhin. Und Marco, fünf Sekunden, ab jetzt. Fünf, 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 meine Damen und Herren. Oh, das war's. Das bedeutet, wir schauen uns die Punkte an. Kommt mit.